30 Euro. 30 Euro. Das Ding ist komplett heiß, komplett voller Stärke. 100 Grad heißer Dampf. Das heißt hygienisch rein. Einfach ruhig mal draufdrücken. Das ist... Boah, das ist... Ja, das ist Power. Ja, natürlich. Hier. Guck mal, da kannst du auch mal am Herd oder so. Ja, na klar. Du kommst in jede Ritze, in jede Fuge. Da kannst du überall mal komplett alles raus. Richtig. Einfach nur nachwischen. Du kannst quasi den Dampf, den Dreck, den Dreck schießt du hier in den Lappen. Ja, das ist das Geniale. Den Dreck schießt du in den Lappen und einfach nur nachwischen und schon sauber. Wahnsinn. Und das nur mit dieser Düse. Wir haben ja noch eine flexible Düse dabei. Ja, das ist das Geniale. Die setzt du hier einfach auf. Die passt in jede Ecke. Die passt in jede Fuge. Das macht richtig Freude. Das macht richtig Spaß. Warte, ich muss mal ganz kurz einmal das richtig raufgeben. Du musst richtig verriegeln, genau. Knopf auf Knopf. Jetzt ist es rum. Jetzt kannst du hier um die Ecken düsen. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst nicht nur um die Ecke schauen, du kannst um die Ecke düsen. Und was ist der Vorteil? Du kommst in jede Fuge, in jede Ritze. Auch unter Möbel vielleicht. Alle Bakterien getötet. So ist das toll. In der Dusche. Ja, liebe Zuschauer, ganz ehrlich, eine Bitte habe ich. Was haben wir jetzt? Wir haben draußen Minustemperatur. Haben Sie schon mal Ihren Heizkörper? Wann haben Sie den das letzte Mal sauber gemacht? Das spart natürlich auch Energie. Da einfach einen Lappen unter den Heizkörper legen und von oben dampfen. Der ganze Dreck, der Siff, der läuft unten raus. Töpfe. Töpfe. Ja, natürlich. Guck mal hier. Ich mache jetzt noch was. Ich gebe jetzt noch mal den Aufsatz dazu. Kann ich das auch da raufschrauben? Ja, kannst du auch. Geht aber hier auch auf den kleinen. Wollte ich eher auf den kleinen machen. Okay. Nee, auf den kleinen. Okay, mach ich mal auf den kleinen. Also Fenster putzen jetzt. Meine Autoscheibe hätte es auch mal wieder nötig. Aber man kann natürlich hier Fenster putzen und dann auch gleich wieder abziehen. Das ist halt der Vorteil. Alle Aufsätze raufgeben. Alle. Hier. Oder hier. Wir zeigen jetzt mal den. So, jetzt geht doch hier auf den rauf. So. Rauf, zack, drauf. Jetzt geht's los. Ihr kriegt ja einen Putzwahn. Ja. Und abziehen. Das ist ja genial. Ja, aber jetzt Achtung. Es ist nicht nur, nicht nur für solche Flächen geeignet oder für die Fenster. Weißt du, was du auch machen kannst? Im Bad entkalkst du damit die Fliesen. Stimmt. Oder, ja, Sie kennen doch das, wenn die Fugen so ein bisschen Schimmel haben, ja, oder mal schwarz werden. Hier kannst du die Fugen Poren tief reinigen. Und nicht nur genug damit. Du kannst den Backofen damit reinigen. Komm, das machen wir auch mal. Komm, Backofen mal reinigen. Ja, vor allem hier, hier. Zwei Meter langes Kabel, liebe Zuschauer. Die Backofentür. Komm, wir machen von innen. Von innen. Die Backofentür von innen. Das ist die Königsklasse. Ja. Waren hier fettfrei. Ja, glaubt man das? Das ist doch der Wahnsinn. Das ist ja genial. So, polierst du einmal rüber und fertig ist das Ganze, oder? Ja, Sie sind angestellt. Wunderbar. Perfekt. Oh, das ist ja hier. Komm, den anderen mache ich auch noch mit. Den anderen mache ich auch noch mit. Ja. Das ganze Fett hat sich gelöst. Einfach nur mal nachwischen. Eigentlich bräuchte ich das gar nicht, das trocknet ja nach. Warum wir jetzt zusammen das Studio hier vielleicht reinigen? Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen, vielleicht kann man da einen Nebenjob draus machen. Ist eine Frage. Ja, ist eine Frage. So. So, 28 Euro der Preis aktuell. Schauen Sie sich das an. Den Dreck, das Fett haben wir ja alles drauf. Das habe ich alles runtergeholt? Ja, das hast du alles runtergeholt hier. Das ganze Fett. Boah. Richtig. Oder hier auch, das ist doch auch mein Liebling. Unter die Toilette gehen? Unter die Toilette. Ja, nicht unter die Toilette, in den Ritzen hier unten, ja. Da. Schauen Sie mal, da sitzt der Dreck und vor allem, es beseitigt ja auch Geruch. Nicht nur Schmutz, es beseitigt Bakterien, es beseitigt Geruch. Einfach auch mal in den Kühlschrank. Sie können den Kühlschrank damit abtauen. Räumung. Ist schon weg? Na, nee. Oh, wir haben doch ein paar. Wir haben doch ein paar. Das ist genial. Das ist so genial. Was machen wir denn noch? Ey, 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 komm, wir machen noch was. Wir machen noch was. Komm, zack, zack, zack. Wir machen noch was. Ja, komm, wir machen hier. Das habe ich. Das ist doch gut. Wir machen das hier und das hier. Und dann kann ich jetzt auch um die Ecken rumgehen, ne? So. Da wird man richtig erfinderisch, ne? Keine Toilette hier, vielleicht. Ja. So, zack, zack, zack. So, dann kann ich jetzt hier. Das ist eben wie eine Dampflokomotive, ne? Tut, tut. Eine sogenannte Dampfente. Das ist ja, ich finde das cool. Das ist die Dampfente fürs Klo. Das kennen Sie doch. Hallo, kennen Sie das nicht? Reiniger in die Toilette? Das kennen wir alle. Wir geben viel Geld aus für Toilettenreiniger. Der funktioniert ja auch nicht so. Hier wird mit Dampf gereinigt. Hygienisch rein. Und wir dampfen seit ungefähr fünf Minuten durchgehend. Das ist ja ewig, ne? Ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Hochsicherheitskessel, ja? Einfach nur Wasser einfüllen, verriegeln. Sie können den jetzt auch nicht öffnen, also Sie brauchen keine Angst haben. Da fliegt Ihnen nichts um die Ohren. Das ist Sicherheit, ist das A und O. So, aufgepasst, schnell sein. Letzte Chancen gehen raus hier. Ja, alles sauber. Die Requisite wundert sich, hier ist alles sauber, ne? Boah, Porn, tief, weiß. Und heiß.